Ja meine Lieben, hier ist der Andi vom Elsa Leica Kanal und heute wollte ich euch mal zeigen, dass die Elsie zu den Hunden gehört, die das Feuerwerk richtig cool findet, die freut sich richtig. Also einer von 100.000 Hunden, die das richtig schön findet. Da ist keine Angst und nichts, sondern da ist einfach nur fröhliches Geballer und das ist für den Deutsch-Drahtief einfach eine feine Sache. Unsere Leica sehen wir nicht mehr, die hat sich verkrochen, die tut sich da ein bisschen schwerer, hat jetzt zwar auch keine wirkliche Angst, aber ist mal ein bisschen in den Tiefen des Hauses versunken. Das wollte ich euch einfach nochmal zeigen, wie toll die Elsa das macht. Okay, euer Andi und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute und Tschüss!